Am Ende hat einfach etwas gefehlt, um ins Halbfinale einzuziehen, aber ich denke trotzdem, dass wir erhobenen Hauptes die Champions-League-Saison verlassen. Und so und willkommen zum Talk Paris Saint-Germain gegen Bayern München. Glückwunsch erstmal an Paris. Bayern hat es im Hinspiel versemmelt. Bayern war im Hinspiel die klar bessere Mannschaft. Und wenn man drei Gegentore zu Hause kassiert, dann ist es einfach, denke ich, auch verdient, dass man letztendlich ausgeschieden ist. Denn gerade wenn man zu Hause ein Spiel verliert und man weiß, man muss nicht nur ein Tor, sondern zwei Tore schießen, um weiterzukommen, ist das eine Riesenbelastung. Und dann kamen auch noch Verletzte dazu, Lewandowski ist nicht da, aber ich will das Ganze nicht entschuldigen. Glückwunsch an Paris. Trotzdem hoffe ich sehr, dass Dortmund sich gegen City durchsetzen kann im Rückspiel und dass dann vielleicht Dortmund Paris ein bisschen die Hölle heiß machen kann. Naja, fangen wir erstmal an. Die Bayern würde ich sagen, es war das komplette Gegenteil vom letzten Spiel. Also Paris war dominant die ganze Zeit im Spiel. Bayern eigentlich, ich will nicht sagen hoffnungslos verloren, aber sie waren nicht das bessere Team. Das war ganz klar PSG und Bayern hat auch ganz wenige Zweikämpfe nur gewonnen. Und Paris hatte Riesenchancen. Neuer hat uns mehr oder weniger in der ersten Halbzeit im Spiel behalten, sozusagen. So muss man das sagen, mit seinen drei, vier Paraden, die er hatte. Dann kam auch noch Glück dazu, was wir beim letzten Mal nicht hatten. Ich glaube, innerhalb von fünf Minuten dreimal Aluminium für Paris. Da hätte es auch schon 3-0 oder 2-0 stehen können, vielleicht sogar müssen. Und ich glaube, unser größtes Problem war einfach, dass wir Mbappé nicht in den Griff bekommen haben. Und wenn Paris das zum Teil besser ausgespielt hätte, die Konter, dann wäre auch einiges mehr noch drin gewesen. Oder besser gesagt, Paris hätte es eigentlich schon entscheiden müssen, das Spiel. So kam es ein bisschen anders dann noch. Ich glaube, kurz vor der Pause hat Chepo Moting nachgesetzt, nach einer super Parade noch von Navas. 1-0 oder besser gesagt 0-1 für die Bayern. Hat im Hinspiel ja auch schon getroffen. Aber leider hat es nicht sollen sein, in der zweiten Halbzeit hat einfach die Durchschlagskraft gefehlt. Und Paris hat eigentlich nur noch am Ende der zweiten Halbzeit auf Konter gesetzt, was ja auch völlig legitim ist. Das hätten die Bayern genauso gemacht. Aber es war zum Teil in der zweiten Halbzeit die Situationen waren zu überhastet. Es war zu nervös gespielt. Und Bayern hätte das zum Teil etwas, ja, ein bisschen entspannter spielen müssen und vor allem besser ausspielen müssen. In der ersten Halbzeit gab es ja auch noch eine Situation, gehe ich nochmal kurz zurück, wo Sunny auf Müller hätte passen können, der wäre frei durch gewesen. Es hat einfach auch der Blick für den Mitspieler zum Teil gefehlt. Und ja, Bayern verabschiedet sich und kann mit erhobenen Hauptes gehen, gegen eines der besten Teams der Welt nochmal zu gewinnen. Auch wenn wir jetzt raus sind, trotzdem danke ich dem FC Bayern für diese Champions League-Saison. Es war mega euch zuzusehen und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch stärker wieder zurückkommen. Und ich hoffe sehr, dass Dortmund, wie gesagt Paris, die Hölle im Halbfinale heiß macht, wenn sie weiterkommen.